Leute, das ist Landi. Du bist der beste Brawl Stars Spieler Deutschlands, ne? Ja. Ganz einfach. Du bist ja ultra OP. Das hoffe ich mal. Ey, du kannst die ganzen Tipps geben. Du hast die ganzen Taktiken. Ich hab deinen Stream gesehen. Ja, okay. Der war breit. Ich nehm den Ball. Der trifft dich immer. Pass auf. Den müsst ihr jetzt töten am besten. Beziehungsweise ich mach jetzt Mitte einfach auf. Mach mal die Wand auf da hinten. Du hättest das hier ausmachen müssen. Geht nicht. Er hat schon sein Ulti beschwendet. Pass zu mir. Pass zu mir. Pass einfach zu mir. Nice. Wie schießt das denn? Schießt einfach. Attack drücken. Hallo. Ach so. Ich hab die ganze Zeit den Ball. Ich hab zu dir gepasst. Schieß rein. Ich hab meine Ulti. Ja, schieß, schieß, schieß. Hahaha.